Im Februar unterzog sich König Karl Gustav einer umfangreichen Herzoperation. Jetzt berichtet der Gerichtsexperte Hermann Lindquist über den aktuellen Zustand des Königs und wie schwerwiegend die Operation war. Wenn er nicht operiert worden wäre, wären traurige Dinge passiert, sagt er gegenüber Hentu. Im Frühjahr dieses Jahres teilte der Hof in einer Pressemitteilung mit, dass König Karl XVI Gustav sich einer Herzoperation unterziehen würde. Eine Nachricht, die bei den Schweden schnell viele Fragen aufwirft. Auf Anraten des Leibarztes seiner Majestät wird sich der König am Montag, dem 20. Februar 2023, einem chirurgischen Eingriff unterziehen. Sie wird mit der sogenannten Gucklochtechnik in der Herzgegend durchgeführt. Nach dem Eingriff wird eine Ruhepause empfohlen, heißt es in der Pressemitteilung. Die erste Mission von König Karl Gustav nach der Operation Kurz darauf fand die Operation statt und der Hof konnte bestätigen, dass alles gut verlaufen ist und es dem König gut geht. Die Operation verlief wie geplant, und dem König geht es gut. Der König ist dankbar für all die Unterstützung und Herzlichkeit, die ihm entgegengebracht wurde, und er ist dem schwedischen Gesundheitswesen dankbar. Heißt es in der Presseerklärung. Einige Monate später ist der König wieder auf den Beinen und das Königshaus veröffentlichte auf Instagram einige Bilder, die das Königspaar beim Empfang von Gästen zeigen. Heute haben der König, die Königin, die Kronprinzessin, Prinzessin Christina und Generalkonsul Tort Magnuson Margareta, die Hüterin der Krone von Rumänien, mit ihrem Ehemann Prinz Radu zum Mittagessen im Königlichen Palast empfangen. Der Palast ihrer Majestät ist das Oberhaupt des ehemaligen rumänischen Königshauses. Sie ist das älteste Kind von König Michael I. von Rumänien, 1921 bis 2017. Hofexperte Hermann Lindquist macht sich Sorgen um den König, ziemlich ernst. Mehrere Monate nach der Operation scheint der König bei guter Gesundheit zu sein. Als Händ mit dem Hofexperten Hermann Lindquist über den Gesundheitszustand des Königs spricht, erzählt dieser, wie es um ihn steht. Es war ein turbulentes Jahr für den König mit seiner Gesundheit und seinen Operationen. Was meinen Sie, wie es ihm jetzt geht? Er sieht sehr gesund aus und hat Zugang zur besten medizinischen Versorgung. Ich denke, er ist gesund und fühlt sich gut. Waren Sie überrascht, als die Nachricht kam, dass er operiert werden muss? Ich war überrascht, denn es war ein Hinweis darauf, dass es ziemlich ernst sein würde. Wenn er nicht operiert worden wäre, hätte es traurige Folgen für sein Herz gehabt. Man könnte sagen, es war eine lebensrettende Operation. Er schnaufe, denn es war eine lebensrettende Operation. Untertitelung des ZDF, 2020